Was halten diese Wichser denn alles aus? So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss hier rauf springen oder was? Aber wo willst denn hier hin? Erstmal gibt es hier Munition. Okay, hier ist nochmal ein Bergungsgut. Aber das ist natürlich auch nicht zu verachten. Nehmen wir natürlich alles mit. Brauchen wir ja. So, hoffentlich können wir dann hier oben links gehen auch noch da rauf. Ja, auf jeden Fall. Komm her. Komm her. Pam, da fliegt es. Ja, da muss ich jetzt hier ankommen. Ganz gemütlich. Fuck you. Fuck you. Und wo kommt der denn? Ja, und das erwischt ihn nicht. Genau. Hä? Die habt ihr noch eben getroffen. Ich komme jetzt hier rüber. Ne, ich schaue erstmal hier runter. Grund her, habe ich gesagt. Nee, lass mal. Könnt ihr immer aufhören, immer hier zu mir zu kommen? Ich weiß, dass ich halt einfach geil bin. Ja, aber... Ich möchte nicht immer diesen ständigen... Boah, weg da. Boah. 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 Weißt du, Hooligans mag auch keiner. So. Ah, einer ist da noch. Der wirft wieder mit der Ramit. Bastard. Genau dahinter ist er. Nein. Nein. Hallo. Ich bin sehr schlau, wenn ich auch direkt davor stehe. Hof. Deine Lister! Ich habe jetzt auch .. Ich weiß gar nicht. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ich muss wieder die Typen durchsuchen und Keb... rimig bald nichts mehr. Ja. Nun ist auch Grimm weg. Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Du, junges Fräulein, musst erstmal die Munition einsammeln. Erstmal die ganze Munition. So, und jetzt können wir über den Palast reden. Nö. Ach so, da. Hä? Jetzt kann ich rüber. Endlich. Ist doch nun völlig egal, ob ich die da nehme oder die hier. Oh Mann. So, hier geht's wieder runter. Hier geht's weiter. Für den Tod von Grimm werden sie töten. Nee, nicht durchschneiden. Fuck you. Viatschis. Chill. Ui. Aua. Nice. Gott sei Dank. Roth. Ja? Grimm ist gut. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du. Sture Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein. Sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir dränken einen auf den alten Mann, wenn ihr weg seid. Ja. Ich versuche, näher heranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Erstmal ein Trinken, wenn sie hier wechseln, ne? Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Prachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich. Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Geil. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal? Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Ja, und wir rüsten jetzt erstmal weiter aus. Moment. Das war unser Sturmgewehr. Können wir hier ausrüsten. Das Nachleitetempo. Das ist doch gut. Das können wir gebrauchen. Okay, Stabilisierung. Haben wir nicht genügend Material. Scheiße, ein zusätzliches Magazin, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Fuck. Na gut. Dann laufen wir weiter. Jetzt schnell zu den Palastmauern, aber... Oh. Wie Was eben schon gesehen hatte... Bams. Stehen da ein paar Leutchen. Soll ich da runter springen? Was? Was? Das wärst du nicht dein Ernst? Von hier komme ich doch gerade schon wieder. Alter, die verwirren mich aber auch hier, ey. Geil. Fuck you. Halt die Fresse. Oh, rausnehmen. Geil. Ach nee, ich hab mein Pfeil rausgeholt. Spring! Okay, Lara, auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Geil. Ach, da oben müssen wir hin. Alles klar. Okay, ja. Alles klar. Wow. Wow. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Es gibt dein Bestes. Ich geb immer mein Bestes. Ach, schön hoch da. Wow. Ich muss hier längs. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war nicht knapp. Muss ich da jetzt hoch? Wupp. Anscheinend. Halt, nicht bewegen. Sie sehen sich. Warte. Warte mal los. Jetzt los. Halt, warte. Hab ihn fast. Ja, nice. Der ist aber auch ein guter Scharfschütze. Halt, warte, warte. Ja, ich warte. Äh. Danke. 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 Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir kippt. Hoch da. Ja, sie... Lara, pass auf! Oh. Ich brech dir das Genick. Verschieb dich! Nein! Ah! Oh! Eeeh, 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 eeeh. Von wegen, das war frei. Auf, 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 lauf, bitch. Uiihihi. Woaaah. Da bekommt sie diesen scheiß Facer nicht, ey. Lauf, 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 lauf. Ja, was soll das denn? Genau dann erwischt mich da so ein scheiß Dynamit-Ding und ich falle da runter. So ein Beschiss. Ja, das hast du mir schon jetzt zu gutem Auge gesagt. So, endlich geschafft. So, Schneider rein. Okay, ich geh jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ja, und zwar nicht hier. Und ich komm zurück. Versprochen. Upsa, einmal ne Dusche. Naja, hat der auch lange nicht mehr geduscht, ne? Also, tut ja auch mal ganz gut. Aber, naja. Ja, wenn ich mir die Farbe so angucke, dann nehme ich das doch wieder zurück. Wie bei wieder Tote. Zwei große Statuen. Ich kann einmal da runter und einmal da hoch. Okay. Hier ist der Weg versperrt. Dann müssen wir hier einen Weg finden. Okay, das sieht mir wieder nach Kampf aus. Wenn sie von alleine schon den Bogen zückt. Hört mich an. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier, hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr seht euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Ibiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Spreng jetzt zu uns. Wir haben unseren Bruder getötet. Jetzt töt' ich dich. Das ist für Flammen hier. Genau. Dimitri, Nikolai. Bring sie zu mir. Dimitri! Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht. Aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen. Sprech uns, Ibiko! Sir! Nein, nein, nein! Nein! Sir, es tut mir so leid. Sieh mich an. Sieh mich nur an, okay? Sieh! Sieh! Sieh ist die eine! Schon bald, meine Brüder! Bald sind wir frei! Bäh, voll in die Kloake. Bäh, hehehe. Ja, na lecker. So macht man jetzt auch aus einem braunen Schöter, das hier glaube ich ist ein rotes. Naja, also einmal kurz Farbe wechseln und so. Also wenn sie danach nicht irgendwie krank wird, weiß ich auch nicht. Aber trotzdem, das war ja schon eine heftige Geschichte da eben mit Sam. Okay, dann strömt Gas aus, aber danke junger Herr für die Pfeile. Oh Gott, noch mehr. Ja, blöd wenn man genau dann das Feuerzeug da anzündet. Ja, Ratte, das war keine gute Idee. Alter, was soll denn die Kacke? So und da jetzt schnell durch. So, hier, Lager. Wahnsinn, beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Genau, wir haben das hier noch Plünd... Ne, haben wir nicht. Ach, das haben wir schon. Ähm, weil wir können doch hier noch was ausrüsten. Machen wir das da jetzt mit dem Fallschaden. Umschalten drücken. Nach einer harten Landung Umschalt, um den Schaden zu verringern. Entschuldigung. Außerdem wird die Klettergeschwindigkeit erhöht. Alles klar. Gut, aber ich mach jetzt auch erstmal ein kleines Päuschen hier. Wie Lara am Lagerfeuer. Und dann bedanke mich für's Zugucken. Und bis zur nächsten Aufnahme-Station. Tschüss.